ja herzlich willkommen zurück auf bühne 3 am dritten tag der foskes konferenz 2021 ja spektralbibliotheken sind geeignet um satellitenbilder auszuwerten und wie man diese spektralbibliotheken in kugis erstellen kann und visualisieren kann das stellt uns jetzt benjamin jakimov vor und zwar stellt er uns genau das kugis plug-in nmap box vor guten tag ich bin benjamin jakimov von der humboldt-universität zu berlin und ich möchte ihnen jetzt zeigen wie man in kugis mit der box sich spektralbibliotheken zu nutzen machen kann ja was sind spektralbibliotheken spektralbibliotheken beschreiben spektralprofile und ja spektralprofile wie sieht sowas aus dass sehen wir hier auf dieser abbildung dort haben wir ja einmal das elektromagnetische spektrum des lichtes abgebildet vom bereich des sichtbaren lichtes über das nahe infrarot bis zum kurzwelligen infrarot und wir erkennen hier die spektralprofile von ja einmal wasser vegetation und zwei mineralien und sehen dass sich die reflektion des lichtes dadurch deutlich unterscheidet zwischen diesen materiern wasser da ist bekannt dass es halt noch also generell sehr wenig nur reflektiert vom licht und wenn dann noch eher im sichtbaren licht ist also insgesamt ein starker absorber im vergleich dazu haben wir schon mehr reflektion bei vegetation hier sehen wir zum beispiel im sichtbaren licht dieser kleine kuckel das ist eine stärkere reflektion im bereich des grüns des sichtbaren grüns und der grund dafür dass wir persönlich als menschen vegetation immer als oftmals als grün wahrnehmen ja und hier die beiden mineralien kalzite kalonimite allgemein bekannt als starke reflektoren im vergleich zu vegetation oder wasser wir können also anhand dieser spektralprofile auf die oberflächen rück schließen die dort eben ja licht reflektiert haben deswegen spricht man auch eben von spektralen fingerabdrücken die typisch sind für verschiedene oberflächen ja wo kommen die eigentlich her diese spektralprofile die werden gemessen durch spektrometer und das kann man im labor machen da hat man dann eine künstliche lichtquelle und gegenstand den man spektral vermessen möchte hier ein haufen von grünen blättern und dann wird der teil des lichtes der in diese richtung hier oben hingeht der wird dann über ein glasfaserkabel in den sensor geleitet wird nach wellenden aufgesplittet und letztendlich das spektralprofil im rechner gespeichert und das können wir natürlich alles auch in einem rucksack packen mit akkus versehen und dann tragen wir unser feldspektrometer in der umgebung und können vor ort unter sonnenlichtbedingungen auch dort die reflektionen messen wie das hier der dr marcel schwida macht wenn man jetzt nicht so ein spektrometer hat dann bekommt man spektralprofile auch aus spektralbibliotheken die öffentlich zugänglich sind hier drei beispiele eins zum beispiel die speckio die wird von der uni zürich angeboten das sind webseiten wo man nach bestimmten kriterien filtern kann und dann spektralprofile angeboten bekommt mit verschiedenen metadaten wie die aufgenommen wurden hier zum beispiel spektren die über einem schneefeld gemessen wurden mit hilfe eines goniometers das ist dieser bogen da kann man genau einstellen aus welchem winkel gemessen werden soll und ja das ist dann für forschungsfragen sehr interessant dann kann man die sich dort diese profile herunterladen kriegt dann eine textdatei mit den metadaten und hier letztendlich die für die einzelnen wennenlängen im nanometer den reflektionswert und man kann spektralprofile natürlich auch simulieren hier ein beispiel aus der emma box das ist ein tool beschrieben von martin danner und matthias wocher von der lmu münchen dort kann man sich genau angucken wie ein beispiel von blattreflektionen sich das spektralprofil ändert wenn wir bestimmte biophysikalische parameter ändern in dem fall zum beispiel den wassergehalt und worauf sich das auswirkt im jeweiligen reflektionsspektrum sehr interessantes tool noch mal zurück zu marcel der da entfällt misst der hat also sein spektrometer nimmt genau für einen punkt ein spektrum auf und jetzt stellen wir uns vor wir haben mehrere spektrometer können die alle in einer reihe aufstellen können also zeitgleich mehrere spektralprofile einmessen und gehen damit jetzt immer eine reihe vorwärts messen die nächste reihe ein und so weiter und so weiter oder vielleicht haben wir auch noch mehr spektrometer zur verfügung und können die alle in einer art gitter in einem raster anordnen und sie wissen schon worauf ich hinaus will das ist dann das was wir allgemein eben das ja rasterbilder einer digital kamera zum beispiel kennen wir haben also x spalten y zeit und das ist die anzahl der pixel eines bildes und für jedes pixel haben wir also einen spektralprofil gemessen diese draufsicht auf satelliten bildern die ist ja jedem wahrscheinlich bekannt und wir können das jetzt aber auch in der ember box können wir das um eine z-dimension erweitern und in der z-dimension zum beispiel die verschiedenen spektralkanäle antragen das ist ein beispiel datensatz einer simulierten m-map-szene die ist so auch in der ember box verfügbar das heißt das kann man dann selber mal sich so darstellen lassen genau m-map der begriff taucht jetzt schon mehrfach auf m-map ist eine satellitenmission der satellit soll im nächsten jahr anfang nächsten jahres soll der dann ins all gehen und daten liefern mit einer satellitenbilder liefern mit einer räumlichen auflösung von 30 metern damit ist er vergleichbar mit mit landsatz mit den landsatz satelliten die auch nur 30 meter auflösung haben allerdings haben die nur ja die haben acht kanäle in diesem bereich des lichtes der uns interessiert also vom sichtbaren bis zum kurzwelligen infrarot und m-map hat im vergleich dazu 242 kanäle und aufgrund dieser vielzahl von spektralen bändern unterscheidet man solche spektral sensoren auch in multispektrale sensoren und hyperspektrale sensoren die grenze zieht man da ungefähr bei 20 bändern also alles was weniger als 20 bänder hat aber mehr als ein wird das multispektral bezeichnet was darüber hinaus geht als hyperspektral die m-map daten sollen dann frei verfügbar gemacht werden so wie man das von centian landsat bereits kennt aber stellt sich natürlich die frage was macht man denn mit dieser ganzen informationen die in diesen 242 bändern vorliegt und deswegen ist im rahmen dieser m-map version ein projekt die entwicklung der m-map box die wird von uns an der humwelt uni und an der uni greifswald programmiert und hat das ziel eben ja diese nutzung der hyperspektralwerten zu erleichtern deswegen machen wir das als kugelsplugin also nutzen eine plattform die schon viele kennen die zudem open source ist so dass die anwendung nochmals erleichtert wird wir programmieren das in python natürlich wird als unter der open source lizenz veröffentlicht und versuchen das auch bestmöglich zu dokumentieren einmal wie zu docs webseiten und so weiter aber es gibt im rahmen dieser hyper edu initiative hier von der ich auch schon viele meiner grafiken übernommen habe dort werden eben tutorials und weitere anleitung bereitgestellt die sich nicht nur mit der m-map box beschäftigen sondern allgemein mit der thematik was sind hyperspektraldaten was kann man damit anfangen und neben unseren eigenen entwicklungen werden auch ganz viele beiträge für die m-map box direkt durch andere forschungsgruppen aus diesem m-map kontext programmiert und wo die dann gezielt halt für ihre eigenen anwendungen aus dem bereich geologie aus der landwirtschaft oder eben doch sehr gewässerteilen erkundung ihre eigenen applikationen da beisteuern ja das habe ich genug von der m-map box erzählt jetzt zeige ich die auch mal ich habe jetzt mein kugels gestartet das ist die version 3.18 die aktuelle die habe ich über anaconda installiert und wenn ich nun auch die m-map box nutzen möchte dann geht das über den kugelsplugin installer dort kann man sie installieren habe ich bereits getan ich aktiviere sie jetzt einfach und was erkennen wir da hier kommt ein button hinzu überlegen kann man die m-map box starten und aber sie erweitert kugels auch in verschiedenen anderen bereichen zum beispiel im kugels processing framework wo die m-map box verschiedenste algorithmen hinzufügt sehr interessant zum beispiel aus dem bereich machine learning gut jetzt starte ich die m-map box dann ja dann öffnet sich ein zweites fenster und das kann man zum beispiel nutzen um die m-map box parallel zu kugels auf einem zweiten monitor zu betreiben und hier laden wir jetzt einfach die testdatensätze die mit der m-map box mitkommen einfach rein es öffnet sich ein ja ein kartenfenster und darin finden wir verschiedene datensätze welche das sind sieht man hier in diesem layer tree panel das ist alles so ähnlich wie ein kugels nur dass man eben nicht nur eine karte haben kann sondern wir könnten uns auch eine zweite öffnen die können wir dann auch beliebig nebeneinander positionieren und zum beispiel zwischen diesen kartenfenstern datensätze hin und her schieben jetzt haben wir hier verschiedene vektor daten die brauchen wir jetzt erstmal nicht und zwei raster datensätzen es gibt einen räumlich höher aufgelösten den nennen wir high res so den habe ich jetzt einfach mal in das rechte kartenfenster gezogen und dann gibt es einen simulierten m-map datensatz das ist der im linken fenster wir können die karten deswegen auch umändern den nennen wir jetzt t然后 kommen die rechte kartTO nennen wir Croix die rechte kartTO nennen wir Nancy und die rechteergate nennen wir high res und worin unterscheiden sich diese beiden Datensätze das sehen wir zum Beispiel hier in dem Data Source Panel wo die MAP-Box grundsätzliche Informationen über die hier bekannten Datensätze anzeigt der MAP-Datensatz hat halt 177 Kanäle und der IRS-Datensatz hat nur 3 und zwar, dass die Kanäle im sichtbaren Licht gut, und jetzt können wir die eigentlich unabhängig voneinander nutzen, diese Kartendarstellung wir können die aber auch miteinander verlinken und zwar, dass die immer den gleichen Maßstab anzeigen und auch den gleichen räumlichen Ausschnitt und so können wir halt parallel mit diesen Karten navigieren und Pixel miteinander vergleichen wenn wir uns jetzt von so einem Rasterbild das Spektralprofil anschauen wollen müssen wir einfach bloß hier dieses MAP-Tour aktivieren um für eine bestimmte Location für einen bestimmten Ort Informationen zu erhalten und dieses Sammeln von Spektralprofilen und jetzt klicke ich einfach mal in das MAP-Box ein und was sehen wir da? Es öffnet sich eine neue Datenansicht eine neue Data View nämlich eine Spektralbibliothek genau und da werden jetzt automatisch die Spektralprofile angezeigt von den Pixeln, auf die wir aufklicken in dem Fall MAP, wenn wir das bei dem 3-Kanal-Bild machen, kriegen wir eben nur 3 Datenpunkte zurück als Profil und über dieses Panel hier unten links kann man dann entscheiden von welcher Rasterdatenquelle jetzt eigentlich für die jeweilige Position das Profil gesammelt werden soll uns interessiert heute mal, wo es ändert das 3-Kanal-Bild eigentlich nicht mehr das nehmen wir aber hier zum Navigieren dafür ist es ganz nützlich und jetzt kann ich halt dieses räumlich hoch aufgelöste Bild gut nutzen um zu navigieren könnte mir da auch ein OpenStreetMap-Layer reinlegen um zu verstehen, was sehe ich denn da eigentlich alles für Oberflächen und sammle aber meine Spektralprofile aus dem MAP-Bild wie, ja, sammeln also bis jetzt werden sie bloß angezeigt wenn ich da ein Profil behalten möchte zum Beispiel, weil ich jetzt erstmal Vegetationsspektren sammeln möchte dann klicke ich hier auf Plus und suche mir das nächste okay, auch das ich dann behalten will klicke ich wieder hier drauf und das kann man auch automatisieren das hat grundsätzlich, wenn man auf eine Oberfläche klickt das Profil in die Spektral-Library reingeschrieben wird wie diese hier dann kann man relativ schnell sich Spektren sammeln gut ich mache die MAP-Box jetzt endlich mal ganz groß auf dem Bildschirm so ja, und jetzt hatte ich ins App-Stack geschrieben dass wir auch zeigen wie man so eine Spektral-Library nutzen kann um ein Rasterbild zu klassifizieren wir machen das jetzt mal anhand dieser MAP-Szene und wollen eine ganz einfache Klassifikation machen und zwar einfach hier die Pixel danach unterscheiden, ob sie Vegetation sind oder nicht dazu sammle ich jetzt mal schnell weiter weitere Vegetationsspektren ja, hier in Baumbeständen Baumbeständen aber eben auch auf Feldern ja, man kann schön erkennen, wie die sich dann noch irgendwie alle unterscheiden voneinander trockene Vegetation und ja, hier auch noch welche aus der Kleingartenanlage so, und ja und die müssen wir jetzt mit einem Klassifikationswert versehen die wir dann im Rasterbild auftauchen wie machen wir das? ja, wir fügen hier einfach in die Spektral-Library noch eine weitere Informationsspalte hinzu diese Spektral-Libraries, das sind technisch gesehen, sind das Kugels-Vektor-Layer das heißt, genauso können die gehandhabt werden wir können die uns auch in der Karte anzeigen lassen jetzt sehe ich hier zum Beispiel immer dort einen Punkt wo ich mir ein Spektral-Profil geholt habe so, und hier taucht die dann auch im Layer-Tree auf und da können wir dann auch sagen dass die halt unterschiedlich ja, dass die halt unterschiedlich dargestellt werden sollen ich füge jetzt hier aber erstmal eine neue Spalte hinzu die nämlich Klasse Klasse genau Integer-Wert und da kriegen meine Vegetationsspektren den Wert 1 zugewiesen 1 steht für Vegetation ab dem Select und so und jetzt sammle ich weiter und zwar nicht Vegetationsspektren wie zum Beispiel hier diese Dachoberflächen Profile von der Stadtautobahn rote Ziegeldächer weitere Dächer Eisenbahnstrecke genau, steht auch keine Vegetation in der praktischen Anwendung würde man sich dafür natürlich viel mehr Zeit lassen hier Asphaltflächen und genauer unterscheiden zu können und nicht vergessen Wasser ist natürlich auch keine Vegetation gut ja, das soll es für das erste auch erstmal reichen und denen geben wir jetzt den Wert Zahlenwert Nummer 2 speichern das Ganze ab gehen aus dem Editiermodus raus und wir können jetzt ich sagte ja also wenn das ein ganz normaler Kugels leer ist dann können wir den auch dementsprechend stylen das heißt wir klicken jetzt hier auf Categorize Renderer sagen, okay, der soll die Werte aus der Spalte Klasse nehmen das haben wir da 1 steht für Vegetation und der Wert 2 für das Gegenteil dann wählen wir dementsprechend auch noch eine Farbe aus für den Punkt also grün und grün und nicht grün okay und wir sehen hier die ebenzufolge haben sich jetzt auch unsere Punkte hier eingefärbt ich kann in dieser Profildarstellung kann ich auch sagen dass er zum Rendern dieser Profile nicht diese Farbe nehmen soll, die hier eingestellt wurde sondern dass er da eben auch die Farben genau die gleichen Farben nähen soll die für die Symbole hier in der Karpendarstellung genutzt werden und dann sehen wir halt die Unterschiede zwischen den Vegetations- und den Nicht-Vegetations-Spektren gut ja und wie nutze ich das jetzt um so ein M-Map also ich habe jetzt hier eine Spektraldatenbank mit vielen M-Map-Profilen das ist ein ja cooles Vektor der im Hintergrund und ja wie kann ich das nutzen um jetzt dieses M-Map-Bild diese M-Map-Szene zu klassifizieren das geht über den Classification-Workflow den der Andreas programmiert hat da klicke ich an dass meine Trainingsdaten aus der aus einer Labeled Library kommen also aus meiner Spektralbibliothek wo es eine Spalte gibt die als Label genutzt werden kann nehmen wir die und wir sehen jetzt hier das ist unsere Klassen also wir haben 17 Pixel Vegetation 20 Pixel Nicht-Vegetation lassen einfach mal alles so wie es voreingestellt ist und nutzen den Renum-Force-Classifier um jetzt hier eine Klassifikation zu erzeugen so ach vergessen was habe ich vergessen ich muss hier noch genau ich muss noch das Raster eingeben was wir klassifizieren wollen das ist natürlich unsere M-Map-Szene ok und dann verschiedene Schritte der Klassifikator wird trainiert und jetzt wird die Klassifikation rausgeschrieben und ja jetzt sind wir fertig seht ihr da hier ist ein neues Bild hinzugekommen das können wir uns jetzt hier noch darstellen lassen ok und so sehen wir jetzt eine klassifizierte M-Map-Szene wo die grünen Pixel hier Vegetation darstellen und die anderen sollen nicht Vegetation sein das hat jetzt natürlich wenn wir das jetzt im Detail angucken werden wir einen Haufen Fehler finden wir haben uns ja auch nicht viel Zeit genommen dafür aber ich denke das grundlegende Prinzip das wurde jetzt aufgezeigt wie wir Spektralbibliotheken nutzen können um Fernerkundungsbilder Rasterbilder zu klassifizieren ja was könnte ich dann noch machen wenn ich zum Beispiel Spektren aus anderen Datenquellen laden möchte die jetzt nicht aus Rasterbildern stammen dann kann ich das über dieses Importmenü machen und zum Beispiel mir Spektren laden die mit diesem Feldspektrometer aufgenommen wurden was wir vorher gesehen haben auf dem Rücken von Marcel genau hier sind etwa Feldspektren die letztes Jahr in Greifswald aufgenommen wurden und ja nach dem Import kriegt man halt hier diese Tabelle und noch ein paar zusätzliche Informationen zum Beispiel Aufnahmezeit und ja also Details die in der Hyperspektralen Fernerkundung durchaus von Relevanz sind genau und wenn ich die jetzt habe dann kann ich mir da einzelne selektieren die mich interessieren und ähnlich wie man das aus Kugelskern mit Vektorgeometrien eines Vektorleers kann ich die dann auch nehmen kopieren und in einen zweiten Vektorleer in unserem Fall in eine zweite Spektrellibrary wieder einfügen das mache ich jetzt hier über diesen Pastebutton gut hier sind unsere kopierten Spektralprofile und wenn ich möchte natürlich dass die die anderen Attribute mit übernommen werden muss ich halt dementsprechend vorher erst noch diese Felder in dieser Tabelle erzeugt haben ja und wenn ich das dann wenn ich mir dann meine eigene Spektralbibliothek zusammengestellt habe mit den Spektrum meiner Wahlen dann kann ich die auch also exportieren in andere Formate wie zum Beispiel ins Envy Spektlibrary Format und was da eben eine Rolle spielt standardmäßig speichern wir das als Geopackage ab ist ja naheliegend im Hintergrund nutzen wir auch ein cooles Spektrleer Objekt nehmen wir halt das ist Geopackage und ja technisch interessierte stellen sich jetzt sicherlich die Frage aber wie kommt denn diese Information zu welcher Wellenlänge ein einzelnes Rasterband gehört wie kommt die eigentlich da hin woher weiß die Enderbox das ja und das ist für uns ist das wirklich ein kleines Problem denn da gibt es keinen definierten Standard ja und das kriege ich auch leider nicht über die GEDA raus da gibt es keine einheitliche Schnittstelle wie das ausgelesen wird und ja wir sind doch nicht die ersten die das erkannt haben wie man an diesem Datum hier sieht ist das Problem schon ja aufgefallen und wie haben wir das gelöst wir nutzen einfach das GEDA Metadatenformat was genutzt wird um halt zu existieren und Rasterbildern halt zusätzliche Metadaten abzulegen so eine Datei wird auch automatisch erzeugt wenn man in QS ein Rasterbild öffnet und da fügen wir einfach diese Metadateninformationen ein so ähnlich wie es in einem anderen Metadatenformat Standard aus einer proprietären Software gemacht wird ja Ausblick was haben wir sonst noch vor so einiges natürlich allgemein für die Enderbox aber insbesondere eben für dieses Spectral Library Modul für das ich zuständig bin da soll es zum einen dahingehend erweitert werden dass mehrere Zeile pro Feature in diesem Vektor Layer dann mehrere Spektralprofile nebeneinander quasi erfasst werden können um dann halt zum Beispiel ein Feldspektrum und das dazugehörige Satelliten zeitgleich aufgenommen vom Satelliten stammende Spektrum mit nebeneinander vorrätig zu halten dann soll die Visualisierung wesentlich ja vereinfacht aber eben doch komplexer werden mehr Möglichkeiten zulassen und zum Beispiel dass halt ja Labels halt generischer Zeug werden können das was man aus Kugels eigentlich schon kennt da kann man ja an vielen Stellen diese Kugels Expressions nutzen um Texte zu generieren und dann unter dem Stichwort Spattle Processing soll es eben doch die Möglichkeit geben dass Spektralprofile genommen werden durch eine auf dem Kugels Processing Framework basierenden Modell dann eben weiterverarbeitet werden und dann on the fly dargestellt werden also hier zum Beispiel das wären die Originalspektren die wir in einer Spektralagorie abgespeichert haben und das wäre jetzt so ein ganz einfaches Prozessierungsmodell wo einfach der Spektralwert halbiert wird und das sehen wir dann eben hier in grün dargestellt ohne dass das jetzt irgendwo abgespeichert sein muss oder lokal und hier vorliegen muss ja dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit wenn Sie Fragen haben schreiben Sie uns ruhig eine E-Mail oder ja besuchen Sie einfach unsere Seiten und bin jetzt gespannt auf hoffentlich doch entstandenen Fragen Dankeschön ja Benjamin vielen Dank für die Vorstellung der NBEP Box und ja ich glaube das ist auf sehr großes Interesse gestoßen wir haben einige Fragen die erste Frage wäre funktioniert diese Technik der Klassifikation über die selektiven Spektralenprofile auch für multispektrale Datensätze ja also theoretisch schon ist halt die Frage dann im konkreten Anwendungsfall ob die Information in den multispektralen Daten dann über Ausreicht um das Klassifikationsergebnis halt mit inrechnergenauigkeit zu erzählen aber ja also ob das jetzt über 200 Kanäle sind oder vier oder halt ein Datensatz mit reduzierter Feature-Anzahl oder so das ist halt ja also muss man dann sehen ob es reicht aber es funktioniert technisch da machen wir keinen Unterschied Ok Nächste Frage Können auch Flächen als Trainingsdaten genommen werden oder nur Punkte Als Trainingsdaten für diesen Classification Workflow können sie genutzt werden es ist was die Spektral Library betrifft ist es noch nicht so dass die also ja doch es geht dass man auch Polygone angeben kann und dann werden für die für jedes Pixel unter den Polygonen werden dann die Spektralprofile herausgeholt aber wenn das halt ein sehr großer Datensatz ist und dahinter viele Piezen sich verbergen dann kriegt man halt dementsprechend eine riesige Spektral-Mibriothek und das ist halt die Frage ob man das dann noch möchte Ist der Workflow auch mit einem Ortho-Foto-Mosaik RGBI realisierbar? Ja eigentlich schon ja muss man mal gucken konkret ob das also wie bei dieser Klassifikationsfrage vorhin mit der Anzahl der Bänder die man zur Verfügung hat muss man schauen ob halt die sich im spektralen Datenraum vermerkende Information ausreicht um halt das eigene Klassifikationsproblem zu entscheiden ja genau noch eine Frage die pädrografische Kartierung wäre damit auch möglich? Ich weiß jetzt nicht genau was ich mit der pädrografische Kartierung verstehen muss aber ja muss man gucken warum nicht also wenn wir wenn die spektralprofile da ausreichend sind die Information zu besitzen die für diese Kartierung verlangt wird dann ja könnte das durchaus möglich sein wirklich Und noch eine letzte Frage ändert sich das Farbspektrum auch in Abhängigkeit vom Winkel des einfallenden Lichtes? Aber selbstverständlich natürlich also das ist nicht so einfach wie ich es da dargestellt habe wenn man da weiter ins Detail geht wird man da viele Unterschiede finden das Reflektionsspektrum von Oberflächen verändert sich mit dem Einfallswinkel des Sonnenlichtes nicht nur mit seiner Intensität und aber auch eben mit dem Winkel aus dem der Sensor das beobachtet hat da gab es so ein Bild von dieser Speckio Datenbank die dann mit dem Goniometer gemessen haben und eben genau diese Unterschiede versuchen zu beschreiben Alles klar Vielen Dank Benjamin damit wären wir auch am Ende und wir sehen uns gleich um 12 Uhr wieder zum nächsten Vortrag Dankeschön